Ja, hau die Volks und willkommen zurück! Wir haben letztes Mal die Linsenteile, die wir haben uns nicht mitgenommen. Mei, bleibst du da? Hey, das ist ziemlich nett! Danke, buddy! Hi! How are you going? Watch out, young man! Your reaction speed is way too slow! Hmm... Oh, eine weise Entscheidung! Diese Meeresfrüchte-Peilägerich kann mit der Zutat Reiss mal zwei Bambus, Papaya plus eins und Goldblachs zubereiten werden. Hey! Jingu ist der beste Lehrer ever! Goodbye! Hi! 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 You're everywhere as well! What a big coincidence! Yeah. Soh, Dann Oh! Uh! Ach, Die dreckige Am Ende ... ... ... 3 x 4 1 2 1 2 3 2 2 3 Hm. Good time, huh? Tschüss! Ich liebe das. Vielen Dank. Aber du musst wirklich so viel Zeit vorbereiten. Ich weiß, dass du ihn nicht mehr sehen kannst. Das ist ein großartiger Bruder. Aber er ist immer noch zu erzählen über mich. Auch wenn ich nicht mehr ein Kind bin. Bitte, meine Damen und Herren. First, lass mich sprechen, und dann haben wir alle ein Pumpkin Pie. Ich habe mehrere Ideen, die ich möchte heute diskutieren. Die erste ist, dass, dank der effortsen von meinem Bild, wir haben jetzt eine Bridge zu Amber Island. Ich würde die Leute nicht zu gehen, denn da gibt es einige Unruhliche Inhalte. Ich planze, um die Idee zu öffnen, als ein Tourist Attraction, eventuell. In der anderen Seite, wir wissen, wir wissen, wir wissen, dass wir etwas Verletzungen haben. Diese Aktionen werden nicht in unserer Stadt verletzten. Wir werden das Verletzungen nach dem Ende und wir werden das Verletzungen verletzten. Es muss sein Haus und Tuss wieder sein. Haus und Tuss? Sie müssen nie geben. Sie verletzten meinen Lieben. Sie verletzten meinen Lieben. Und meine, wo Sie sehen? Und eine meiner Socke. Was? Ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie. Sie werden Sie direkt auf den Boden ein wenig wie schnell wie möglich. Wir machen dieses Verletzungen für diese Investition, damit Sie versucht man sich kurz zu bleiben. Das ist alles für diese Zeit. Sie haben alles gutes Nacht. Komm mal da, und etwas einer Socke, Schleifenden. Oh, good-bye, you won't. Life is tied, so enjoy your time for sure, but don't waste mine. Yeah, yeah. Goodbye. Hi. Did you know that eating a slick fish can keep a slick body? Goodbye. Oh. Good. Yes. OK. I'm a good girl. Bye. 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 Oh. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Hmm. Oh, yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020